Die Nummer 19 Steffat Haise, die 20 trägt Martin Kiesbjerg und die Nummer 22 Wincent Hübler. Schichtgeschäuert passiert ist Robo Quixler. Schichtgeschäuert passiert ist Robo Quixler, aber er assistiert. Boah, schön! Was für ein Stocker da war, es ist drin. Was für ein Stocker da war, es ist drin, uns der zwei Helden. Schön gemacht. Oh! 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 Jetzt komm rein. Ich werde aufgepasst. Mensch! Oh! Jawoll! Jawoll! Unser Duol von allen! So schlecht du! Erstmal schön, erstmal! Schön! Komm her! Was ist das denn? Haha! Oh, ist ja ekelhaft! Und da war es schön! Und da war es schön! Und da war es schön! Glück gehabt! Oh, schade! So wie war das? 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 Oh nein! So wie war das? So wie war das? So wie war das? So wie war das? Oh, schau mal. Oh, Mann. Und das war's. Und das war's.